sobald auf jeden fall hat man wollte ich ja noch richtig wenig da der server heißt heißt der op sucht punkt net so viel geld was man jetzt schon reinsteckt die ganzen verbrennungskosten erfolgen 50 ich glaube es ist wichtig dass die barriere oder ich würde nicht ich würde jetzt auf meine kappe zack naja so viel so haben wir schon mal wieder gut ein paar stacks hier gemacht ich habe nichts gegessen muss noch was gegen tun jetzt mal die eine seite jetzt hier kommt das fertig jetzt war das 73 muss ich wenn man erstmal hier sozusagen rein kommt jetzt 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da kriegt man schon direkt wieder Husten. So. Ich glaube, die Wand habe ich doch nicht so perfekt gezogen. Das wäre noch 5, 3, 4, 5, das heißt, das müsste... Hier drin muss ich ja nicht auch mal... So. 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 Ich weiß nicht, wo das hin ist, obwohl das habe ich alles richtig gemacht. Hier habe ich noch ganz viel Erde, okay, dann kann ich erst mal hier noch das ganze edle Zeug, dafür brauche ich auch die Schilder, das braucht kein Mensch, trinkt aber nicht, das braucht man nicht. Also ihr solltet ja, damit ihr auch erst mal wer will, da kann, wenn ich kann, da kann nicht. So einfach ist das. Jetzt kriege ich einfach erstmal die Form weg. Ich habe natürlich keinen guten Platz erstmal, ein paar Stöcker natürlich, was findet man denn nicht im Baum. Das erstmal ganz schön abzubauen, weil ich habe eigentlich immer nicht das ganze in Ruhe. Okay, erstmal ganz kurz zumal den Tresor. Ja, alles in dem. Alles in dem, aber du. Eigentlich ist das jetzt kurz in der Tresor. Alles in dem. So. Man muss ja nicht. ebenẩnete. Gut. the Vielen Dank. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich hoffe, wir können noch mal gleich aufhören. In 8 Minuten haben wir schon genug. Warte, das muss man noch machen natürlich. Dritter, also so wärs ja nicht. Dann einfach brauche ich jetzt mal einen dritten Ofen, keine Ahnung. Nein, da bin ich zu geizig. Was zu machen. Okay, das kann ich natürlich noch jetzt da rein. Umso schöner, umso besser. So, wir lassen schon wieder einen Baum wachsen. Ich könnte hier auch auf der drüben Fläche, so wärs ja nicht, damit ich auf jeden Fall brauche Platz. Und hier einfach so, zack. Dann so da hier, weil Holz ist mir auf jeden Fall wichtiger als die Fläche. So, ja. 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 Weißt du mal wieder. So. Weißt du mal wieder. So. Mit einer Kohle. So, ja. Ich wollte ja nicht eine Schere machen, aber jetzt ist er einfach weg. Sollte ich sogar noch mal an das Wasser. Da könnte man sich auch noch mal, weil man das... Da könnte man sich auch noch alles bauen. Das würde auch erstmal reichen. Das eine hier rein, so. Damit ich... was bauen. Sollte. 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 Sollte.